Schön, dass du da bist, lieber Stier. Wer oder was kommt Neues auf dich zu, lieber Stier? Das möchte ich in dieser kollektiven Kartenlegung fragen mit den Lenormand-Karten. Schauen wir uns das an. Die Dauer der Zeit ist 17. Juni 2023, da war Neumond, bis ca. in drei bis vier Wochen, das heißt ungefähr bis Mitte Juli. Ich habe das jetzt eingegrenzt, lieber Stier. Ich lege jetzt mal das große Kartenblatt aus. Du kannst gerne noch vorspulen. Ich werde während der Auslegung, also nicht schon mit der Deutung, beginnen. Da versäumst du nichts. Ich spule einfach noch vor und sobald alle 36 Karten liegen, das ist auszubringen, fange an mit der Deutung, lieber Stier. Wer oder was kommt Neues auf dich zu, Stier. Und dann, wenn du da bist, dann bist du da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schau dir mal an, in welcher Situation, in welcher Stimmung du dich befindest, jetzt, aktuell, wo du dieses Orakel schaust, diese kollektive Legung. Wenn du dich da wieder findest, dann bleib gern dran, wenn nicht, dann ist es nicht dein Reading. Nachdem es sich um eine kollektive Legung handelt, kann es in keinem Fall für jeden immer passen. Ja, daher schau dir Aszendenzzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen. Oder greif zurück auf eine persönliche Kartenlegung bei dem Berater oder Beraterin deines Vertrauens gerne auch bei mir. Trompitsch findest du wie immer in der Infobox, lieber Stier. Gut. Die aktuelle Situation bei dir ist, dass du das ganze Alte, was da war, das war sehr, sehr stressig, sehr aufreibend und hatte mit einer Ex-Beziehung zu tun. Kann auch schon länger zurückliegen, lieber Stier, aber es lag dir sozusagen im Nacken. Du hast dieses Kapitel zugemacht und schaust nach vorne, wirklich in den Neubeginn. Du möchtest gern Positives erleben, du möchtest dich gefühlsmäßig einlassen und zwar auch da richtig verankern und bist bereit für eine Veränderung. Ja, alles andere, diese alte Beziehung, dieser Stress damit, das hast du hinter dir. Ja, es ist nur in deiner Aura, aber du drehst ihm den Rücken zu, lieber Stier. Gut. Dann schauen wir weiter. Wer oder was kommt Neues auf dich zu? Und das ist sehr spannend, lieber Stier. Ich habe folgendes. Und zwar Das, was eine neue Situation auf dich zukommt, hat mit deiner Gefühlswelt zu tun. Es hat mit der Gefühlswelt zu tun. Und zwar, es ist so, dass du dich in der nächsten Zeit, deine Wahl ist ja frei, aber es ist eine sehr, sehr gute Zeit, du wirst mit den Gefühlen konfrontiert, dass du Zweifel oder Ängste, Unsicherheiten haben könntest, betreffend Kontakt mit Männern. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du der Mann bist, rass es entsprechend um. Ja, Kommunikation mit einem Mann oder mit Männern. Da handelt es sich vor allem um neue Kontakte, um einen neuen Kontakt. Also, du bist schon offen für diesen, also für einen Lebenspartner, ja? Also, es scheint mir jetzt eher eine Erlegung zu sein für Singles, ja? Die wirklich eine Trennung hinter sich haben. Wenn du da nicht resonierst, lieber Stier, dann ist das eine nette Erlegung, ja? So, das, was da Neues auf dich zukommt, ist eben, dass du dich damit konfrontierst. Weißt du, wo? Wo sind da nur Ängste ganz, ganz tief in dir? Wo darfst du hinschauen? Im Zuge deiner Veränderung und diese Veränderung, dass du in den Kontakt mit einem Mann oder mit neuen Bekanntschaften eben gehst, lieber Stier, das darf da total gut. Das darf da komplette Wende in dein Leben bringen. Und vor allem, lieber Stier, würde das, also diese neuen Erfahrungen, ja? Deine Zweifel und deine Ängste vernichten, ja? Ist das da gut? Und würde dir ganz langsam auf eine Ankerung bringen, und zwar ich sichte da mehrere Dates, mehrere Kontakte, lieber Stier. Ist das da gut? Befühlsmäßig auch. Ist das da gut? Da schaue ich dann in der Fortsetzung, lieber Stier, ein? Was da andet's? Also ob da sozusagen eventuell ein potenzieller Partner dabei ist oder wäre, weil die Karten sagen schon wieder, du zweifelst sehr daran. Du zweifelst, also auf der einen Seite möchtest du das neu, und auf der anderen Seite zweifelst du das aufgrund deiner Vergangenheit total an, ja, dass da einmal jemand Ehrliches dabei sein kann. Daher, das was Neues auf dich zukommt, ist, lieber Stier, dass du da einmal durch deine Ängste und Zweifel durchmarschieren darfst, wenn du das möchtest, ja, damit du das realisieren kannst, weißt du, was du dir, in welche Richtung du da eigentlich schaust, ins Neue, ne? Also da geht's jetzt eigentlich um die Umsetzung, lieber Stier. Und ich schaue mir in der Fortsetzung eben an, ja, ob da eben jemand potenzielles vielleicht dabei ist, und wo es sich lohnt für dich, wo das Interesse beidseitig vorhanden ist, einander näher kennenzulernen, gell? Link findest du in der Infobox, lieber Stier, gell? Gut. Was haben wir noch als Thematik, was oder wer kommt noch als auf dich zu? Hm. Naja. Lieber Stier. Das geht so in die ähnliche Schiene. Es ist so der Wunsch oder die Bereitschaft, sagen wir mal so, wirklich anzukommen, und zwar in einer Verbindung. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, lieber Stier. Weil das Kind in der Position im Hause des Hauses liegt, kann es sich auch um einen Neubeginn im Wohnbereich handeln, lieber Stier. Es kann aber auch das Ankommen grundsätzlich sein, dass du dich wieder sicher füllen möchtest, heimkommen möchtest, Geborgenheit erleben möchtest. Und zwar der Kontext ist eben in Verbindungen, beziehungsweise die Verbindung kann dann auch ein Kaufvertrag, Mietvertrag sein, ja, eines neuen Wohnortes, Wohnung oder Haus, ja. Es geht dann um eine Entscheidung im Zuge dessen, dieses Heimkommen, ja. Lass mich da mal schauen. Und diese Entscheidung, also entweder du hast da mit Ämtern zu tun, rechtlichen Geschichten, Bank, Institutionen, ja. Und das ist so, dass da schon, dass es da schon ein bisschen zu Verzögerungen kommen kann, lieber Stier, im Zuge dieser Neuerung, was mit diesen Ämtern oder Institutionen und es liegt aber so, dass dieser Wunsch, also es wird dann eben kommuniziert, betreffend dieser Wahl, die ich angesprochen habe, und es geht eigentlich darum, ich habe da schon eine Realisierung dessen, also die Karten liegen sehr gut, die Zeitqualität, lieber Stier, ist ausgezeichnet, dass du hier diesen neuen Weg wirklich auch umsetzt und dein altes Leben, so wie es mal war, zurücklässt. Wirklich ein neues Kapitel aufschlagst. Für die, wann die das betrifft, lieber Stier jetzt nicht im Wohnbereich, weil du sagst, nein, ich möchte nicht umziehen oder so, weil ich lege jetzt nur auf drei, vier Wochen die Karten und das betrifft das Ankommen in einer Verbindung, in einer dauerhaften Beziehung, dann gilt hier, dass es um eine Entscheidung geht, wo du wirklich sagst, okay, bleibe Single mit dem Turm oder geh in eine Verbindung, und dass du dich da schon ein bisschen im Kreise drehst, nennen wir es jetzt nur mal so, mit dieser Wahl, aber die Tendenz, dass du sagst, okay, ich gehe wieder raus und lasse mein altes Leben zurück, diese Tendenz ist sehr hoch, also diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du da resonierst, lieber Stier. Sehr schön. Gut. Dann schaue ich mir jetzt in der Fortsetzung an, was denn da für potenzielle Partner auf dich warten oder ob da jemand dabei ist, gerade wenn du da mit diesem Beziehungsthema Konform gehst, lieber Stier, da, also in dem Bereich rechter Liebe beziehungsweise potenzielle Partner, ja, na, da schaue ich rein, ob du da dein Single-Leben aufgibst oder nicht. Vom großen Kartenblatt her ist die Tendenz eher, dass das schon hinter dir lassen, wenn ich erst auch war, starke Zweifel beziehungsweise Ängste da sind, lieber Stier. Ich danke dir für dein Abo, für dein Like, für das Teilen von meinem Kanal, wenn es dir gefallen hat. Vielleicht sehen wir uns jetzt in der Fortsetzung. Ich würde mich freuen, wenn nicht, verabschiede ich mich an dieser Stelle, viel Segen für dich und bis bald, Stella. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.